Ich kann nichts machen draus, ich hab nur Scheisse im Rucksack. Boah! BAM! Was hätt ich heute denn?! Wie übersteuert das?! Boah! NAAAAA! Kurzer Dampfkessel wieder! Oh ja, der hat zwar heftige Chance in Sekunden gefüllt. Ich! Oh mein Gott! Ja fast, Edi, ich bin fast auf die 500 schon. Da kann man bald die Hälfte für mein Haus. Woll ich grad sagen, du brauchst aber noch einiges. Oh Mann! Was kriege ich? Essen! Achso, das muss ich aber ein scheiß Ding geben. Ja, den habe ich. Du musst bei den Schreien von mitten im Clip werden, das ist okay. Oh mein Gott. Komm! Oh! Auf die Tatsch! Ja, da kann ich nur richtig gewandern an die Richtung. Ja! 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 Ja!